Musik Ich sag's dir ehrlich, egal welches Buch, immer die gleichen Themen. Bildung, Klima, Soziales und Digitalisierung. Aber ich sag dir, im Netz ist es genau das Gleiche. Du siehst einfach keinen Unterschied. Guck, wo du willst, du findest keinen Unterschied. Doch, es gibt einen Unterschied. Die anderen haben die letzten fünf Jahre regiert. Sie hätten all das, was sie hier fordern, umsetzen, realisieren können. Aber sie haben nur viel geredet und vor allem auch viel gestritten. Und deswegen braucht es neuen Schwung im Stuttgarter Landtag. Es braucht eine starke SPD. Und deswegen bitte ich um Ihre Stimme bei der Landtagswahl am 14. März. Und wenn Sie nicht selber an diesem Sonntag zur Wahl gehen wollen, dann beantragen Sie doch Briefwahl. Das ist ganz einfach. Und Sie können bequem zu Hause Ihr Kreuz an der richtigen Stelle, nämlich bei der SPD, machen. Musik 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 Vielen Dank.